Wir sind jetzt hier bei Brawlout und haben uns in Bogdan geschnappt, der erstmal ein bisschen was zu dem Spiel sagen kann. Hallo Bogdan, wie geht's dir? Ich bin großartig, danke. Also, erzähl uns etwas über Brawlout. Ja, so Brawlout ist ein Party-Fighting-Game. Es ist ein Party-Game, wo du Spaß hast. Kannst du etwas über die Kontrollen erzählen? Es gibt sehr einfachen Inputs, um alle zu bekommen. Es gibt einfach die Jumping, Attack und Special-Attacks. Und die Spiel ist ähnlich wie Super Smash Bros. Aber all die Geräte sind inspiriert von traditionellen Fighters. Es ist quasi ein super-fastes Spiel, wo du die anderen in den Fällen trinkst. Aber es ist super-fastes Spiel, wie Super Smash Bros. All right. Wie viele Characters habt ihr? Wir haben acht Characters für den Launch. Und dann haben wir ein paar Character-Variationen. Die spielen wirklich anders aus den Basis Characters. Es wird vielleicht 20-something. All right. So ist es für alle Konsole und Plattformen? All right. All right. All right. All right. All right. There might be some others. Yeah. But so... So, um, and is there a story mode or multiplayer mode? So, we try to focus on the online play, because that's like what keeps people going. Yeah. And everybody really likes it to play online, and we have some really great modes for that. Und deswegen fokussieren wir auf die Progression und die Charaktere und so weiter. Aber wir haben keine Story Mode, die wir in drei Stunden, zehn Stunden oder zwölf Stunden. Wir wollen die Leute verbessern mit dem Spiel und spielen, um die Strategien und Techniken zu finden. Aber du hast alle Charaktere aus dem Beginn unlocked? Nein, du hast acht Charaktere. Aber alle Charaktere Variations müssen für sie arbeiten. So, keep playing and you can unlock them. All right. So, very thank you for that little talk. You're welcome. When will it be out? When is the launch? So, the game is out right now on Steam. It's in Early Access. And it's going to launch on Nintendo Switch later this year. And for Xbox and Playstation also later. All right. Thank you very much. You're welcome. Have fun around. Looking at some concerts. You're welcome. We're on. It's on the left. It's on the left.